hallo meine lieben wir streamen auf twitch so wir haben hier so ein skorpion ist ein klassisches tattoo kennt man eigentlich von der sache her finde ich das gut hier wurde ein bisschen mit pepper shades geübt das kann man wohl gut machen mit pepper shades zu den schattierungen das ist ein großes problem zum beispiel auch wenn leute diamanten tätowieren wollen also die sie malen sich hier diese diese outlines hierfür diese diamanten und so und dann wissen sie nicht wie sie schattieren soll ja dieses hier so raus und dann hier von hier oben und das ist hier bei diesem skorpion hier genau das gleiche weil hier haben wir ja auch einmal wird es von unten nach oben schattiert und hier wieder von von oben nach unten weiß ich nicht also da könnte man gucken dass man das irgendwie mit system macht dann wäre das ein bisschen cooler ja zum wir fangen einfach hier an also dass dort work man kann hier schön sehen hier ist das dort wird dunkler als in dem bereich hier wenn ihr dort work macht also zumindest wenn das hier solche abgrenzung sind mit dem dort work wenn ich das mache mache ich das ganz langsam ja also ich gehe hier wirklich ganz langsam rein und mache langsam meine punkte und bleibe dann auch immer im gleichen abstand und dann wird das meistens gleichmäßig wenn ich sowas macht gehe ich mit dem maschinen leistung ein bisschen runter wenn ich zum beispiel ganz normal meine linien ziehe sage ich mal bei sieben volt oder so dann zum dotten gehe ich meistens ein volt runter also schon spürbar ein meistens so ein bis anderthalb volt gehe ich runter und meine nadel lasse ich dann auch immer ein kleines bisschen weiter raus stehen als wie right on tube zum beispiel so ja so zweieinhalb bis ja zweieinhalb millimeter bis drei millimeter maximal lasse ich sie raus stehen und gehe dann und mache ganz normal hier meine punkte wenn ihr zum ersten mal dort work macht ich würde zum beispiel wenn ich farbe nutzen würde im ink zum beispiel dann würde ich egal ob da leiner farbe draufsteht oder nicht ich würde nicht 100 prozent farbton nehmen um dort zu machen weil bei so einem dort work wenn es einfach ihr seid einmal ein bisschen zu tief dann fängt das sofort an zu unterlaufen das kann man so ein bisschen gegensteuern wenn man die farbe so ganz leicht ein bisschen runter mischt jemand zweites in meinem studio nein habe ich nicht ich werde mir sicherlich mal jemanden holen der mal bei mir über die schulter schauen kann aber jetzt so dass direkt jemand bei mir arbeitet habe ich nicht meine frau die macht dort permanent make-up also microblading macht sie bei mir mit im studio und da ist sie auch dann ab und zu mal aber richtig fest jemanden zweiten habe ich nicht kathie ich würde ja so ungefähr würde ich das machen genau drei viertel also wenn du wenn du so ein tattoo machst das hier diesen skorpion dann hast du ja wenn ich mir farbe hinstellen würde dafür ich würde einfach nur drei 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 abstufungen nehmen ich würde einmal 100 prozent nehmen 100 prozent damit würde ich die ganzen outlines machen bei diesem tattoo wie groß ist es na ist ja nicht ganz so klein ich würde hier wahrscheinlich eine sieben hololiner nehmen oder so hier ist übrigens eine linie vergessen hier die hier rum da fehlt noch eine linie der das steht hier irgendwie einzeln so genau für die outlines würde ich alles mit 100 prozent machen dann würde ich eine dreiviertel mischung nehmen drei viertel damit würde ich die ganzen dort machen auch die hier drin diese ganzen dort das würde ich auch damit machen und am ende würde ich noch mal ja weiß ich nicht hier so irgendwie hier tropfen restwasser und alles mit einem 14er topf das ist das gängige was ich immer nutze da bekommst du fast jedes modul rein und wenn du du tauchst auch mit der nadel nicht mal ebenso auf dem boden oder so deswegen nutze ich fast immer eine 14er so wenn ich dann an schattieren gehe das hier zum beispiel man kann das natürlich mit pepper shades machen aber wenn ich mich entscheide hier pepper shades zu machen dann mache ich die hier natürlich auch so dass es immer wieder kommt diese pepper shades ja dann hier hier die da der bereiche denen kann ich nicht so richtig identifizieren ich hätte dann vielleicht diesen bereich ja auch noch so ein bisschen schattiert oder das ist hier zum beispiel auch eine dunkle stelle das hätte ich auf jeden fall ein bisschen schattiert hier auch oft in dem bereich lieber das untere hier schattieren anstatt das obere weil hatten wir letzten sonntag schon alles was weiter unten ist oder weiter weg ist ist meistens dunkler als wie das was oben drauf ist und dadurch bekommt ihr ein bisschen mehr plastizität hin das ist dann einfach schöner so jetzt habe ich mit drei viertel habe ich hier meine dots gemacht diese auch das habe ich alles mit drei viertel farbe gemacht dann nehme ich mir meine vier tropfen und fange an hier zu schattieren hier in diesem bereich ist ja mittendrin schattiert das ist schwierig ja vor allem wenn man nicht weiß so richtig wie es geht dann ist das schwierig wenn ich sowas habe dann könnt ihr zum beispiel eine magnum nehmen ihr nehmt nicht so eine kleine magnum ach so ich habe ja hier noch meine liste was hier genutzt wurde einen augenblick er wird gleich wieder dick was denn jetzt mein so wir wollen es ja ordentlich machen bild nummer eins genau das war das also es wurde genutzt eine mast lenzer 3,5 millimeter hub die linien und dort wurden bei 7,8 volt gemacht schattierung bei 7,5 volt die 0,3 volt die hättest du aber auch klemmen können so farbe ist panthera black gold 100 prozent 50 prozent und 20 prozent naja ist ja fast so nadel module sind quadron eine siebener roundliner longtepa eine 5er roundliner longtepa und eine 3er die 5er ist in 0,3 alles ist in 0 die liner sind alle in 0,35 stärke und die soft age ist eine 9er gewesen in 0,30 na da haben wir doch schon den fehler also diese outlines mit einer siebener liner in 0,35 kann man machen ist überhaupt gar kein problem bekommst da hast du schöne linien hin das ist hier eine sehr schöne linie die gefällt mir gut diese hier wird nach dem abheilen ausbrechen weil wir hier löcher drin haben und zwar mal hier ein loch und wir haben hier ein loch so der das dort work oder diese pepper shades diese pepper shades hier die haben nicht so gut funktioniert weil deine nadel viel zu steif ist du hättest diese dots die hättest du in den blumen hier die hättest du mit einer fünfer machen können da du sie in 0,35 stärker hast dann sehen diese dots einfach viel schöner aus sie sind einfach viel sauberer und viel feiner anstelle mit einer siemer klar kann man das auch mit einer siemer machen aber mir persönlich gefällt einfach eine fünfer gefällt mir besser weil auch das dotten ist nicht ganz so schön geglückt weil wenn wir uns das hier anschauen ihr müsst euch vorstellen das heilt er jetzt ab dann haben wir den bereich das gar keine farbe das ist einfach nur so ein bisschen unterlaufen vom dotten kann auch sein dass es ein bisschen nachschattiert wurde aber auf jeden fall haben wir hier viele löcher drin das ist ein loch das ist loch hier haben wir eine ganze bahn die ein loch hat dann haben wir hier wieder eine ganze bahn die ein loch hat versteht wie ich meine ich mache das gleich wieder weg so jetzt haben wir da konstant überall löcher drin das hätte man ausdorten können wenn ich solche kleinen sachen habe wie diese blumen dann also ich mache mir trotzdem immer eine umrandung du hättest jetzt diese fünfer leider nehmen können jetzt deine dreiviertel farbmischung genommen und hätte dir das hier einmal so vorgedottet dass du so eine kleine begrenzung hast wenn die spitzen oben heller werden sollen oder ja viel heller sein sollen dann kannst du auch so dort du bist hier unten im dunklen bereich und dann wirst du halt einfach siehst du deine dort vor du hast das gemacht und zwar sieht man das hier so schön hier hast du eine fette ein fettes ein fetten dort gemacht hier ein fetten hier ein fetten hier 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 und hier und das da drin hast du aber nicht so ausgedottet und deswegen ist nach dem abheilen sieht man deine außen dort weil die so intensiv sind und die in dort die sind sehr durcheinander durcheinander hier auch hier ist ein mittelbereich der ist unheimlich dunkel hier haben wir sogar so was wie so eine kleine spitze drin und hier ist das auch so wenn ihr dort und ihr bekommt so kleine spitzen dann liegt das daran dass ihr die nadel nicht weit genug raus zieht wenn ihr dort habt ihr die nadel meistens ein bisschen weiter raus stehen viele anfänger arbeiten sowieso mit flying needle was ich nicht nachvollziehen kann aber die arbeiten mit flying needle so und wenn jetzt diese nadel damit weil ihr die ja sehen müsst die nadel aber eigentlich muss man die gar nicht sehen weil die ist in der haut drinnen so und wenn ihr die ihr habt hier die haut ihr habt hier euer modul und hier habt ihr eure nadel jetzt nutzt ihr flying needle und ihr zieht die nadel nicht ganz raus und geht dann in den ins nächsten dort wieder tiefer rein dann habt ihr hier diesen bogen und der hinterlässt so einen kleinen kratzer da muss man darauf achten dass man wirklich raus zieht weiter geht rein wenn ich anfange mit dotten bei solchen großen sachen dann achte ich darauf dass ich bei den ersten dass ich mich so ein bisschen eingroove ja so ein bisschen eingroove wie ich dort und dann werde ich nachher immer schneller immer schneller immer schneller dann macht ihr euch noch irgendeine coole mucke an und dann habt ihr den rhythmus für den die dots und dann funktioniert das auch sehr gut so die pepper shades die haben nicht funktioniert weil das hatte ich letzten sonntag schon mal erklärt wenn die nadel zu steif ist dann dann knattert sie nicht über eure haut drüber weil sie halt sehr stabil ist und wenn man hättest du jetzt zum beispiel eine fünfer genommen in 0 30 oder eine fünfer in 0 25 dann hättest du hier schöne dorthin bekommen denn du oder pepper shades denn du hast hier auch linien drin da da auf der anderen seite genau dasselbe es kann sein dass dir das nicht so gut gefallen hat und dass du es nachher irgendwann sein lassen hast aber das kommt hier zum beispiel weil die nadel halt einfach nicht über die hau drüber rad hat sondern deine handbewegung vom dotten hier lang viel zu schnell oder deine maschine viel zu langsam und deswegen hast du hier immer diese punkte es kann aber auch sein dass du das mit der magnum gemacht hast und mit der magnum so raus schattiert hast dann hinterlässt das auch so aber bei der größe an tatu hätte ich keine 9er magnum genommen ich hätte hier mindestens eine 13er magnum genommen und du kannst mit einer 13er ganz easy auch das hier raus schattieren also diesen bereich hier das geht ganz easy auf jeden fall eine größere magnum nehmen was ich vorhin noch wo ich noch angefangen hatte hier wenn ihr in diesem innenbereich hier irgendwo mittendrin in dem bild irgendwas schattieren müsst und ihr habt keine keine dunkle kante wo ihr hier mit dem magnum reingeht und rausziehen könnt ihr habt das hier dann nehmt ihr euch eine magnum eine relativ große eine 13er bei dem motiv eine 13er oder eine 15er 19er geht auch ihr lasst die nadel nur ja einen millimeter raus stehen oder so wirklich wenig und taucht einfach nur in euer wasser ein euer wasser zum auswaschen ist sowieso nicht mehr so super sauber weil ihr habt vorher die linien gemacht also taucht ihr dort rein mit der magnum und fangt einfach mal an hier so hin und her zu wippen ja einfach nur so ein bisschen rein raus rein raus rein raus da passiert nicht viel aber so könnt ihr euch es wird rot ja und so könnt ihr euch schon mal so leicht vor definieren wo kommt überhaupt der schatten hin dann geht ihr in den nächsten helleren farbton was ihr habt in deinem fall 20 prozent und dann macht ihr noch mal genau dasselbe die haut nimmt die farbe viel besser auf weil ihr die schon geöffnet habt mit eurem wasser dann habt ihr euren 20 prozent farbton könnt das hier richtig schön rein schattieren und nach dem abheilen wird diese schattierung sehr hell weil ihr am anfang mit im reinen wasser schon wasser in diese haut eingebracht habt das vermischt sich natürlich und wird dann heller das kann man machen so aber das ist ein sehr gutes tattoo mir gefällt das sehr gut ich wollte halt einfach nur so ein paar verbesserungsvorschläge machen so wenn ich das tattoo machen müsste nur ist ja fast dina 4 groß oder so wenn ich dieses tattoo machen müsste ich glaube da haben wir schon mal drüber gesprochen über dieses tattoo oder diese 2003 mit diesen aber bestimmt schon mal wenn ich dieses tattoo machen müsste welche nadeln würde ich nehmen ist eigentlich auch ganz cool oder also ich hätte mir eine sima hololiner genommen oder eine eine sima quadron geht auch in stärke 0 35 kann man machen damit hätte ich hier diese ganzen linien gemacht ich hätte mir und diese dort die hätte ich auch mit einer sima gemacht da das hier eine abgrenzung ist können die dort ruhig ein bisschen dicker sein also hätte ich eine sima gehabt so dann hätte ich ja mit der sima hätte ich auch diese hier gemacht nur ein bisschen mehr mit system ein bisschen sauberer das ist hier ein super super kleines tattoo dafür für dieses tattoo zeit wie lange brauchst du dafür 20 minuten wenn es hochkommt also mit stencil rauf machen 30 minuten maximal länger brauchst du dafür nicht wenn du dir richtig fest spielst brauchst du eine dreiviertel stunde so und zum schattieren hätte ich mir eine 19er magnum genommen das liegt aber eher da dran weil ich habe 27er magnums die nächst kleineren sind 19er und dann habe ich noch mal ja so ein paar neuner oder so hätte ich auch noch aber ich hätte ein 19er magnum genommen und hätte das damit schattiert so hätte ich das gemacht so wir gucken gleich mal nach was wir hier haben maschine ist eine equalizer neutron pen in 3,5 mm hub farbe ist eclipse die abstufung sind 100% 75 für die linien farbe eclipse abstufung 100% füllung 75% linien 6 tropfen outlines für die füllung nadelmodule quadronen 5er round liner und 9er round shader ok also da du eclipse farbe genommen hast kannst du damit alles machen aber du brauchst diese in dieser bei diesem motiv wenn du jetzt vor hast hier ist ja nur 100% schwarz drin dann kannst du diese 100% eclipse farbe nehmen damit kannst du hier deine linien ziehen und du kannst auch gleichzeitig deine füllung machen da musst du nichts runter mischen früher hat man das gemacht wenn du jetzt zum beispiel früher mit dynamic gearbeitet hast haben ganz viele gearbeitet oder mit dem intense super black da hat man das so gemacht du hast deine du hast deine du hast deinen farbnapf gehabt so zwei stück den hast du für die füllung genommen den hast du bis oben hin voll gekippt und den hast du für die linien genommen den hast du so bis kurz vor voll und den rest hast du mit trinkwasser aufgefüllt und das hast du hier für linien genommen und das zum füllen das muss man heute aber nicht mehr machen ihr könnt ob ihr das ganga nehmt dynamic ganga zum beispiel oder ihr könnt auch das world famous outline black nehmen oder ihr könnt eclipse nehmen da müsst ihr nichts mehr runter mischen ihr könnt ganz normal das gleiche hier gleich fertig machen so dieses motiv ich habe einen ganz trockenen hals hier zum beispiel sieht die haut überhaupt nicht gut aus der bereich hier zum beispiel oder auch hier oben der bereich ich würde niemanden empfehlen eine round shader zu nehmen um füllung zu machen ihr könnt eine round shader nehmen wenn ihr hier diesen bereiche so ein bisschen hochschattieren wollt dafür kann man einen round shader nehmen aber nicht flächen füllen ihr zerhackt einfach die haut damit hier das sieht auch ziemlich hell aus hier sieht man ziemlich gut dieser bereich der haut ist wie ausgegraben hier wird es fleckig sein wir hatten letzten sonntag schon mal das thema mit den round shadern so eine round shader macht in den meisten fällen einfach nur die haut kaputt lass das sein mit diesen round shadern bei so einem motiv das ist ja auch nicht klein das ist ja auch relativ groß nehmt nehmt eine magnum dafür hier zum beispiel dieser bereich hier da oben drinnen ist auch wieder ein loch ihr habt die outline und hier oben ist ein loch in der mitte das problem was ihr habt ihr habt hier die obere hautschicht hier unten ist die zweite hautschicht eine ausgegrabene haut wird in den meisten fällen würzen in der arbe das siehst du nachher beim abheilen wenn du wenn du ein tattoo hast was abgeheilt ist oder am abheilen ist und ihr habt hier irgendwie so so schorf flecken drauf und darunter ist es sehr weiß also oder oder der schorf oben drauf ist sehr hell also hat so einen weißen schimmer da entsteht in den meisten fällen eine narbe das ist dann einfach zu tief gewesen aber was ich euch erklären will ihr kommt jetzt mit einer round shader ihr wollt so eine fläche machen und ihr kommt mit einer round shader die ist so groß ja viel größer ist sie ja nicht also fangt ihr an mit kreisen und ihr kreist und ihr kreist und ihr kreist und ihr werdet einfach nicht fertig jede hautstelle hat also mindestens sieben oder acht mal eure nadel abbekommen das ist nicht gut so jetzt kommt ihr mit dieser round shader so sieht die aus hier geht die nadelspitze hoch und dann guckt hier die round shader raus jetzt habt ihr ganz viel Farbe in diesen in diesen Bereichen liegen zwischen der ersten Hautschicht und der zweiten Hautschicht in die zweite müsst ihr aber rein so jetzt kreist ihr aber ihr habt aber bei einer round shader eine Kontaktfläche die ist vielleicht so ja mehr ist es ja nicht ihr taucht ja nicht 90 grad ein und fangt dann an kreise zu machen das ist eine round shader nutzt man wenn ihr realistik macht in porträts im nasenbereich im mundbereich zwischen den zähnen in den augen dort nutzt man das man nimmt aber keine round shader und füllt damit flächen das macht man einfach nicht weil wenn du ein erfahrener tätowierer bist und du weißt ganz genau was du da tust dann ist das okay aber ansonsten auf keinen Fall ich muss mal gucken wie groß war die und dann eine 9er round shader eine 9er round shader ist nichts ja das ist ein bisschen ein bisschen breiter als ja so eine nee das ist nicht mal dann hättet ihr das auch mit irgendeiner 14er oder mit einer 18er äh bowl liner machen können das wäre genau dasselbe gewesen und das sind richtig große Flächen hier würde mir wirklich mal ein Bild interessieren wie es abgeheilt aussieht ich gehe wirklich ich gehe jede Wette mit ein dass das hier fleckig ist und zum Teil vernarbt ist hier oben ist auf alle Fälle ein Loch drin davon werden wir hier noch jede Menge finden ja das hier das sieht wirklich ein bisschen grenzwertig aus weiß ich nicht ob das vom Bild ist ja hier auch hier ist genau dasselbe ne hier dieser gesamte Bogenbereich das ist alles äh nicht drin nicht richtig drin das ist alles fleckig und wird meistens eine Narbe so wir haben ja noch ein Problem ja ihr habt jetzt ihr wollt jetzt hier diese Schmetterlinge machen ihr habt ja hier unten hängt ja auch noch ein Schmetterling ja das ist aber noch mit einer anderen Technik gemacht ich glaube da sind sie auch schon abgeheilt oder so hier ist ja noch die Farbe unterlaufen das könnte ja noch fast hier IM-Ink Farbe sein so du fängst hier unten an du ziehst ja erstmal die Outlines erstmal von dem Schmetterling dann der hier dann der hier und dann der hier so anschließend willst du das füllen fängst du wieder von unten an füllst das ganz langsam hier füllst du füllst du es muss nicht sein dass es so passiert ist kann auch sein dass das gleich fertig gemacht wurde so jetzt kommst du aber hier oben an jetzt hast du diese Outlines die schon echt eine ganze Weile in dieser Haut sind die stehen hoch du kommst an dieser Kante von der Linie da kommst du gar nicht ran mit deiner Round Shader um das zu füllen hier wird komplett hier der Bereich ist gar keine Farbe drin der das hier und hier sieht man ringsrum die Outlines und das liegt daran weil das mit ganz dünner Farbe gemacht wurde und nicht tief genug drin ist hier habt ihr sogar noch eine Linie dazwischen eine freie Linie das wäre überhaupt gar nicht passiert mit mit Eclipse zum Beispiel so wenn ich dieses Tattoo mache wie mache ich das bei der Größe erstmal ehrlich gesagt ich mache das Tattoo nicht weil das ist so alter Scheiß also will doch niemand mehr haben aber ich kriege ihn jetzt nicht überredet wir müssen dieses Tattoo machen gut dann hätte ich ich hätte wieder eine Sima Hololiner oder eine Sima in 0,35 oder so dann hätte ich hier diese ganzen Linien gezogen gleich hier so hoch hätte dann hier die Linien gezogen erstmal alle Outlines hätte ich dann auch gezogen dann hätte ich mir eine bei der Größe ja eine ich sag mal eine 13er Magnum also 13er Soft Edge Magnum und hätte das hier schattiert in ganz kleinen Kreisen immer so raus schattiert zack 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 dann hätte ich sie schräg gehalten wie in dem einen Video wo ich das 3D mit drin hatte und wäre aber mit den äußeren Nadeln nochmal über meine Outline rüber gegangen ich hätte das hier so raus schattiert dass ich zwar diese Outlines habe nur um eine Begrenzung zu haben aber ich wäre auf jeden Fall mit meiner Magnum nochmal auf diese Linie rauf gegangen weil dann kannst du dir ziemlich sicher sein dass du keine Lücke hast zwischen der Outline und der Füllung und hier sieht man ja dass die Füllung keine Farbe abbekommen hat Robert ja mache ich ja so hätte ich das gemacht allerdings wenn ich dann dieses Motiv hier gemacht hätte dann hätte ich bei so einem Motiv und wenn ich zum Beispiel noch ziemlich frisch bin beim Tätowieren dann ist das hier für mich die beste Möglichkeit zum Üben ja ich kann zum Beispiel verschiedene Techniken ausprobieren vielleicht war das ja auch bloß ein Ausprobieren einer Technik dass derjenige sich gedacht hat Mensch ich nutze mal eine Round Shader zum Füllen vielleicht funktioniert das ja gut so im ersten Blick funktioniert es vielleicht ganz gut das Schöne ist derjenige der das gemacht hat der hat sich das aufgeschrieben weil er mir das ja geschrieben hat jetzt sieht er irgendwann dieses abgeheilte Tattoo und stellt fest dass es fleckig ist dass es Löcher hat wo die Farbe nicht ist und dann merkt man alles klar nächstes Mal nehme ich eine Magnum dann wird es gut so würde ich das machen und dann würde ich einfach mal ausprobieren ich habe in mehreren Videos habe ich schon mal erklärt so ein bisschen angedeutet wie man Pepper Shades machen kann das wäre doch die Möglichkeit hier diese Pepper Shades zu üben einfach so ein bisschen hoch machen nur so ein bisschen damit das nicht so nackt ist ich hätte auch das schwarz genommen ach so hat er ja also hier ist der na dieses untere Teil vom Schmetterling ist schwarz hier auch hier in dem auch hier nicht hier ist es vergessen worden allerdings gehen hier auch die Linien fast alle raus weil das wirklich ja diese hier ist auch eher geschnitten statt gestochen das sieht man richtig seht ihr das also das ist nicht das ist eindeutig zu schnell gemacht da muss man ein bisschen drauf achten wenn ihr wenn ihr eine Nadel nehmt ihr nehmt euch eine ganz normale Nähnadel so und diese Nadel nehmt ihr und piekt euch ein paar Mal in die Haut so hintereinander weg dann piekt das aber dann ist es auch gut oder ihr nehmt diese Nadel und ratscht sie einmal über eure Haut rüber dann habt ihr dort eine Rille dann habt ihr dort eine Wunde das passiert beim Tätowieren auch wenn ihr dort einfach die Maschine muss die Möglichkeit haben rein, raus, rein, raus, rein, raus das ist wirklich darum geht es ja beim Tätowieren es geht darum die Farbe einzubringen ja und nicht da lang zu ratschen und in der Hoffnung die Farbe fällt in diesen Krater der da entstanden ist so funktioniert Tätowieren nicht und hier muss man ein bisschen drauf achten das ist alles Tätowieren ist so eine eine Kombination aus Bewegung und Geschwindigkeit der Maschine ja aber alles in allem wenn ich wenn ich dieses wenn ein Kunde zu mir kommt und er hat dieses Tattoo da auf dem Bein und es sieht genau so aus auch wenn es abgeheilt ist dann ist es gut das ist jetzt nichts wo man sagt oh mein Gott das geht gar nicht davon ist es weit entfernt es ist sauber gemacht auf jeden Fall aber ja ich würde an der Technik wirklich noch ein bisschen arbeiten ja wir haben den Equalizer Neutron Pen muss beliebt sein das Ding in 3,5 Millimeter Hub Farbe ist Eclipse wieder 75% Farbe für die Linien das ist so falsch und Nadelmodule Quadron 5er Round Liner und 3er Round Liner für die Whipshades Betty ich kann dir keine Geschwindigkeit empfehlen weil weil ich nicht weiß wie schnell deine Bewegung ist wenn euch ein Tätowierer oder ein ein YouTuber oder irgendwas wenn der euch sagt ihr sollt die und die Volt nehmen zum Schattieren oder die und die Volt zum Linien ziehen dann ist das Blödsinn das funktioniert nämlich nur wenn ihr genau die gleiche Geschwindigkeit mit eurer Hand habt wie derjenige der euch das erzählt hat da müsst ihr einfach gucken ich denke jeder erkennt genau Alex ich denke jeder erkennt ob eine Linie schön sauber und gut drin ist oder eben nicht wenn sie nicht gut drin ist es muss eine Linie sein die muss wirklich sauber und satt drin sein das hier ist eine gute Linie das hier dieser Bogen ist eine schöne saubere Linie nein falsch die geht bis hier durch das ist eine schöne Linie wenn ich eine 5er Liner es war eine 5er Liner wahrscheinlich wieder in 0,35 diese Linie ist schön sauber drin für eine 5er Liner wenn ich mit meiner Linie anfange und sie sieht nicht so aus dann muss ich etwas verändern entweder verändere ich die Geschwindigkeit in den meisten Fällen dann müsst ihr langsamer werden weil ganz viele die mit dem Tätowieren anfangen sind der Meinung ich sitze da wie mit einem Kugelschreiber oder mit einem Bleistift wie ich eine Linie male aber davon müsst ihr weg ihr müsst wenn ihr anfangen mit dem Tätowieren und ihr zieht eure Linie mit eurer Maschine dann kann ich euch sagen macht das genau so wie es jetzt macht nur 50% langsamer dann könnte da irgendwann ein Schuh draus werden die meisten Leute haben einfach die Geduld nicht dafür das mal langsam zu machen ja weil es muss ja auch schneller gehen nein geht es nicht außer du hast eine Maschine mit einem sehr hohen Hub und du hast eine Maschine die unheimlich äh viel Power hat und was würd ich sagen ja die eine Maschine die mit einem sehr rohen Hub hat und wo ihr die Volt richtig hoch gestellt habt da könnt ihr schnell eure Linien ziehen da könnt ihr auch eine dicke Linie nehmen und lang ziehen schnell und die Linie wird drin sein wenn ihr dann aber zu langsam macht dann kann es passieren dass ihr die Haut einfach nur kaputt macht ja weil in der Zeit zeig es mal anders so ihr habt diese Linie ihr wollt diese Linie machen hier ist auf der Seite habt ihr eine Maschine 5mm Hub und und ihr habt eine Volt von ich sag mal 9,5 Volt jetzt zieht wollt ihr diese Linie ziehen und ihr macht diese Linie in diesem Tempo dann ist alles gut dann habt ihr diese Linie drin und das funktioniert gut weil die Maschine die macht die 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 ja so wenn ihr aber diese Linie in der Geschwindigkeit macht das würde jetzt ein bisschen lange dauern deswegen breche ich gleich ab gleich breche ich ab jetzt jetzt ne ich zieh durch so in dieser Geschwindigkeit dann habt ihr alleine für dieses Stück hier ist eure Maschine B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B. Versteht ihr? Damit macht ihr einfach nur die Haut kaputt. Also müsst ihr diese gesamte Linie in dem Geschwindigkeit durchziehen. Immer. Oder ihr müsst eure Maschine wieder langsamer stellen. Jetzt kommt ihr mit einer Maschine, die hat hier 2,5 Millimeter Hub. Und ihr stellt die Maschine ein auf 7 Volt. Und ihr zieht eure Linie in diesem Tempo. Was passiert dann? Dann habt ihr eine brüchige Linie. Eine Linie, wo überall mal wieder ein bisschen Farbe fehlt. Woran liegt das? Die Nadel geht rein, raus, rein, raus. Ihr zieht aber viel schneller, als wie die Nadel die Farbe in die Haut abgeben kann. Es kommt einfach nicht hinterher. Nehmt euch. Jetzt habe ich die ultimative Lösung, wie ich euch das erklären kann. Ihr habt 2 Aldi-Tüten. In diesen Aldi-Tüten ist Sand. In der einen macht ihr ein ganz kleines Loch rein. In der anderen macht ihr ein etwas größeres Loch rein. Und ihr lauft eure Geschwindigkeit. Ihr möchtet, dass ihr eine Wegstrecke zurücklegt. Und überall soll der gleiche Haufen an Sand liegen. Es soll so eine Bahn ziehen. Lauft ihr schneller, dann läuft der Sand aus der Tüte viel langsamer raus. Also ihr schafft es nicht, eure Linie zu machen. Lauft ihr zu langsam, bekommt ihr dort einen Haufen, einen dicken Haufen, einen dicken Haufen, einen dicken Haufen. Und wenn ihr mal schnell, mal langsam lauft, also nicht gleichmäßig, dann habt ihr einen dicken Haufen Sand, dann habt ihr gar keinen Sand, einen dicken Haufen und so weiter. Das Wichtige ist die Kontinuität oder so, also gleichmäßig eure Linien ziehen. Habt ihr eine Maschine mit hoher Volt und hohem Hub, dann müsst ihr schneller ziehen, als euch das vielleicht sogar lieb ist. Das schnelle machen, das ist ja cool. Aber beim Tätowieren geht es nicht um Geschwindigkeit, beim Tätowieren geht es um Qualität. Ja, nicht Quantität, Qualität. Und deswegen, alles was ihr bis jetzt macht, macht es einfach mal ein bisschen langsamer. Und dann wird das auch besser funktionieren. X Donik, Donik oder so. Also, es kommt auch die Farbe drauf an, mit wie viel Prozent. Hier wurde Eclipse Farbe wieder runtergemischt. Das muss man nicht machen. Es kann sein, jetzt kommt zum Beispiel ein Kunde und sagt, war, ich will nicht diese dicken, fetten, schwarzen Linien haben. Ich möchte ein helles Tattoo haben. Ja? Dann denkt der Tätowierer, alles klar, ich mische die Farbe ein bisschen weiter runter, dann kriegen wir ein helles Tattoo hin. Nein, das ist nicht richtig. Das ist nicht gut. Ihr könnt eine dünnere Nadel nehmen, dadurch habt ihr eine dünnere Linie. Und dieses hier, das hätte auch mit 100% schwarz machen können. Es hätte trotzdem fein ausgesehen, weil es ja viele Linien sind, aber ziemlich weit auseinander. Und zur Abmischung, wenn ihr Ganga nehmt, wenn ihr Eclipse nehmt, wenn ihr das World Famous Outline Farbe nehmt, dann könnt ihr die Farbe so, wie sie kommt, nehmen und Linien ziehen. Das sind drei Farben, die teste ich schon ganz, ganz lange und die unterlaufen nicht. Wenn ihr natürlich viel zu tief kommt, dann ja. Aber sie verzeiht auch mal einen Fehler. Ihr könnt auch mal, wenn ihr mal nicht ganz so toll getroffen habt, dann bricht sie nicht gleich aus, damit sie unterläuft oder sowas. Da gibt es Farbe, die ist viel schlimmer. Und wenn ihr eine von diese drei Farben habt, ihr könnt, wenn ihr euch nicht sicher seid, ihr könnt bei mir im Shop, könnt ihr einfach schauen. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben und eine Artikelbeschreibung gemacht. Da steht alles drin. So, Pepper Shades. Ja, die sind okay. Ja, die Pepper Shades sind gut. So, alles in allem. Ist das ein sauberes Tattoo? Ja, hier ist, ich denke, hier in dem Bereich ist einmal daneben getroffen oder so, dass da vielleicht so was ähnliches passiert, wie das hier. Und deswegen wurde hier noch mal eine etwas dickere Linie gemacht. Das finde ich gut. Ich hätte vielleicht sogar diese hier auch schwarz gemacht. Das hätte dann noch mal ein bisschen schöner ausgesehen. Ich zeige euch das mal ohne meine Linien. Ja, also ich hätte die, die obere da auch ausgemalt. das hätte ein bisschen schöner ausgesehen. Ja, ich glaube, diese beiden Tattoos gehören zusammen. Das und diese Schmetterlinge, die gehören, glaube ich, zusammen. Und falls derjenige hier zuschaut, ich kann dir sagen, was dein größtes Problem ist, was du hast, und zwar deine Geschwindigkeit oder deine Geduld ist dein größter Feind. Das sage ich dir jetzt schon mal so, wie es ist. Ob du nun in den anderen Schmetterling oben dieses Ausgemalte vergessen hast oder jetzt hier diese Linie nicht ausgemalt, du musst dir einfach mehr Zeit geben, dir selber. Und auch hier diese Linien, die werden wieder nicht vernünftig drin sein. Ja, diese hier. Weil das halt dieses Farbe-Runter-Mischen für Linien ist keine gute Idee. Ich weiß nicht, wer dir das erzählt hat, aber mach es mal nicht. Nimm mal, du hast Eclipse da, nimm die 100% Farbe und mach das. Das funktioniert gut, glaubst du mir. Weil das Gefühl hast du ja. Du kriegst ja deine Linien schön sauber durchgezogen, das funktioniert super. Ja, jetzt noch einen kleinen Feinschliff und das hier diesen diesen dieses Schweinchenkringel da, weiß ich nicht, wofür das gut ist. Ich würde schon ab und zu mal gucken. Das ist das ist hier zum Beispiel ein super Beispiel. Es gibt ja diverse Videos, wo die Leute zeigen, wie man Tattoos positioniert, wie so eine Fließbewegung hat. Ja, und da gehört das hier definitiv nicht dazu. Weil das einfach gegen den Strich geht. Das bringt Unruhe rein. Wenn ihr hier noch mal eine Blüte gemacht hättet oder so ein Blatt, was auch noch mal so in diese Richtung gehen würde. Ja, das kann man machen, um da so ein bisschen mehr Form rein zu kriegen. Aber nicht dagegen. Da muss man ein bisschen drauf achten. Ja, hier haben wir ein bisschen Kunsthaut. Das ist auch so ein typisches Anfänger Motiv. Habe ich auch gemacht. Gestochen wurde es mit einer FK Iron Exo. Farbe ist Dynamic Union Black. Die Abstufungen sind in einem 14er Kalb. 100% 50% und die letzte mit 6 Tropfen gemacht. Habe beim Linienziehen eine Volt Anzahl von 8 und beim Schattieren 6 gehabt. Folgende Module hatte ich genutzt. 11er Roundliner, 7er Roundliner und 15er Magnum. 11er Roundliner und 7er Roundliner. Boah Leute, ich muss mal ganz kurz was trinken. Also ich kriege kaum noch Luft. Jetzt kann ich auch viel lauter schreien, wenn ich nicht so einen trockenen Mund habe. Die gab es letztes Jahr beim Factory Day bei Cheyenne. Dieses Jahr war ich auch eingeladen, bin aber nicht hingefahren. Ich glaube, mit meinen ersten Motiven war auch Koi, weil ich das immer cool fand. Also ich habe es mir mal einfach vorgestellt, einen Koi zu tätowieren. Weil wir haben solche, wir haben halt Abgrenzungen von so einem, ja, von so einem Koi. Immer mit schön mit Linien und so weiter. Dann kann man das ganz cool machen, habe ich gedacht, aber es ist wirklich schwer. Zur Kunsthaut. Auf einer Kunsthaut zu tätowieren, ist immer ein bisschen schwierig, weil nicht alle Kunsthäute gleich sind. Der eine kauft sich Real Skin und macht da super Tattoos drauf, der andere möchte ein bisschen Geld sparen, kauft sich irgendeine günstige und dann klappt das nicht so gut. Das ist immer ziemlich schwierig, da was zu sagen. Aber von der Linienführung finde ich das ganz gut hier. hier, also ich finde die Linien hier auf jeden Fall schon schön sauber gezogen, da gibt es nichts, also es ist wirklich gut gemacht, das gefällt mir. Die Schattierung, da ist hier natürlich alles ziemlich fleckig, weil bei diesen Schuppen, da ist natürlich das Problem, wie schattiert man da. Wenn ich so eine Schuppe schattieren muss, dann setze ich meine Magnum immer hier rein, genau in dieser Ecke und gehe in dieser Bewegung raus. So mache ich das, setze hier wieder die Magnum rein, kreise kurz, dass ich diese Spitze hier zukriege und gehe dann in dieser Bewegung schattiere ich das raus. Falls ich hier so eine Rille rein bekomme, weil ich nicht mit meiner Magnum auf der Linie drauf war, dann schattiere ich halt auch noch mal in diese Richtung, dass ich das hier auch noch mal raus schattiere. Diese einzelnen Schuppen, das ist eine super Sisyphus-Arbeit, da sitzt man ewig dran. Hier haben wir auch wieder hier haben wir auch wieder das kleine Problem mit dem Schattieren, obwohl es ist gleichmäßig eigentlich, weil der obere Bereich, der ist hier sehr dunkel schattiert, die Flossen, die Schuppen, die einzelnen und die unteren sehr hell. Weiß ich nicht, ob die Vorlage das so gesagt hat oder weiß ich nicht. Zum Schattieren, man kann echt nicht viel zu sagen, was soll man sagen. Also hier der Bereich, der ist schön flächig zu, das sieht ganz gut aus, das Schattieren selbst, das ist halt super fleckig, wenn das abgeheilt wäre, dann hast du hier nachher so fleckige Stellen in der Haut, das siehst du nach dem Abheilen erst extrem, hier genau dasselbe, das siehst du beim Abheilen, dass das alles fleckig ist. Hier das Schattieren, das ist so ein bisschen, ja ich muss irgendwas schattieren, also mache ich es da. Also die Linien, das sieht gut aus, das funktioniert glaube ich schon ganz gut, auf echter Haut weiß ich noch nicht, habe ich noch nicht gesehen, aber auf jeden Fall hier auf Kunsthaut die Linienführung, die ist sehr gut, das finde ich gut, das Füllen, ja kann man schlecht zu sagen, weil es sehr dunkel ist, auf jeden Fall, ja hier zum Beispiel das Füllen, auch drauf achten, dass die Magnum die alte Linie mit füllt, ja wie ich vorhin auch erklärt habe, immer hier mit reingehen, man nochmal über diese Linie rüber schattiert, das hat zwei Gründe, nee, das wurde nicht mit einer Liner gemacht, mit einer 15er Magnum, Erstmal, wenn ihr eine Linie zieht, dann habt ihr eine gewisse Struktur, hinterlässt ihr eine Liner Nadel und eine Magnum Nadel hinterlässt wieder eine andere Struktur, deswegen erkennt man das meistens auch so doll, du hast hier diese Liner und du hast hier diese Füllung, eine Liner sehr intensiv in der Haut, eine Magnum nicht ganz so, wenn ihr, wenn ich weiß, dass ich eine Fläche schwarz fülle, dann gehe ich hier lang mit einer Liner, aber nicht mehr so intensiv, die muss ja nicht 100% drin sein, weil es keine Rolle spielt, ob die 100% drin ist, also ziehe ich hier bloß einmal rein, damit ich eine Abgrenzung habe, ganz kurz und gehe anschließend mit der Magnum nochmal rüber und fülle das aus und gehe auch nochmal über meine Linie rüber, dadurch bekommt ihr überall die gleiche Struktur der Haut und es ist halt gefüllt, hier das Füllen, das ist auch alles zu schnell, auch dir gebe ich den Rat, egal welches Tempo du hast, halbiere es und dann das Füllen, das ist wirklich lang langwierig, das muss wirklich da musst du Geduld für haben, deswegen ist es nie gut so eine Riesenmotive gleich am Anfang zu machen, lieber ein kleines dafür vernünftig, als wie so eine Riesendinger Peppershades machst mit einer Liner gemacht und nicht mit einer Magnum es funktioniert mit einer Magnum einfach nicht es kann nicht funktionieren weil du bei einer Magnum zwei Nadelreihen hast du könntest jetzt eine Flat Magnum nehmen das könnte man ausprobieren aber weiß ich nicht ob man das muss weil du hast dann ja auch keine Kontrolle drüber wenn du hier eine in dem Bereich Peppershades machen willst ich nehme mal eine andere Farbe die man besser sehen kann so du willst in diesem Bereich jetzt hier Peppershades machen dann kannst du hast du deine Liner Nadel und kannst hier einfach immer raus ziehen ja und wenn du nachher das so ein bisschen drin hast dann übermalst da auch nicht oder triffst auch nicht irgendwo anders rein und machst hier ganz normal deine Peppershades wenn du aber diesen Bereich hast und du willst das mit einer Magnum machen erstmal steht die Magnum schon mal hier so drüber wenn du die Magnum du hast eine Flat Magnum so sieht eine Magnum aus so und dann hast du hier nochmal eine Nadel Reihe wenn du das jetzt nach da schiebst hast du einzelne kleine Streifen mit ganz kleinen Rillen dazwischen so ungefähr sieht das aus hat ja jeder schon mal gemacht reingesetzt und hoch geschoben ja denken ja die Leute so kann man füllen habe ich letztens ein TikTok oder ein Insta gesehen da war einer der hat schwarze Flächen gefüllt Magnum reingesetzt hoch geschoben rausgenommen abgewischt Kohlrahm schwarz das ist so ein Fake Kram dann guckst du dir das alles mal ein bisschen genauer an dann ist jedes mal hochgeschoben Video Cut also ein Videoschnitt dann wurde gewischt Schnitt wiedergeschoben Schnitt also das ganze Video wurde immer geschnitten und dieses ganze Drehen Kreisen wurde rausgeschnitten und so werden die Menschen einfach verarscht das ist genauso wie achtet mal drauf da kommen die Leute und machen irgendwelche TikToks oder Instagram Shorts da stellen die sich hin und malen mit Haut Stiften irgendwelchen Quatsch auf die Haut dann kommt ein Schnitt und auf einmal ist da ein perfektes fertiges Tattoo diese Person kann überhaupt gar nicht zeichnen weil er stellt sich dahin und will uns erzählen er malt das alles so schön rauf mit dem Stift da sieht das total behämmert aus der kritzelt einfach nur so ein bisschen drum rum und dem unaufmerksamen Zuschauer der denkt wow guck mal der hat das erst so rauf gezeichnet und jetzt ist in der Tattoo Szene so viel Fake unterwegs ehrlich so viel Fake ja so und nochmal zu dem hier diese Pepper Shades und selbst wenn du sie etwas schräg hältst wenn du sie in diese Reihe machst ja so lang rausschiebst du hast immer diese Doppelreihen wenn du eine Flat Magnum nimmst und machst damit Pepper Shades dann hast du nur eine Reihe wenn du 100% gerade kommst dann könnte das funktionieren mit diesen Pepper Shades sobald du aber ein bisschen schräg kommst nicht mehr 100% gerade dann wird der Abstand hier zwischen enger und du kriegst wieder eine Linie hin und dieses Risiko würde ich niemals eingehen deswegen mache ich Pepper Shades nur mit einer Liner Pepper Shades dafür eine Dreier Round Liner und die am besten in 0,25 oder 0,30 0,35 wenn man nichts anderes da hat kann man das auch machen aber mit 0,25 oder 0,30 wird das butterweich super fein oder ihr nehmt eine 5er Round Liner das geht auch in 0,25 bis 0,30 da würde ich keine 0,35 mehr nehmen weil die sich nicht mehr durchbiegen lässt so genau also Schattierung nochmal wenn ich diese Sachen hier schattieren müsste ich habe hier meine Linie dann nehme ich mir eine ja gut hier habe ich ja einen dunklen Bereich hier würde ich auf jeden Fall aus der Ecke raus schattieren hier würde ich anfangen und würde ja ich würde hier mindestens eine 19er nehmen 19er 23 27 ich würde auf jeden Fall mit 100% schwarz schwarz anfangen würde das hier erstmal raus schattieren dass das wirklich 100% schwarz ist so dann würde ich schon langsam weiter raus ziehen also schneller raus ziehen damit damit ich da nicht so eine harte Kante bekomme ja klar funktioniert auch eine 5er so und dann das ist aber hier nur so ein Einzelfall weil wir hier noch so 100% schwarze Kante drin haben und dann würde ich mit einer Magnum mit einer großen Magnum 23 27 oder so und dann immer in dieser Bewegung hier raus gehen ich würde anfangen mit ja 50% Farbton ja obwohl du das das ist ja 100% schwarz aber ja weiß nicht ja doch 50% Farbton würde ich das hier erstmal vorschattieren einmal komplett und dann würde ich hier in diesen Kanten nochmal mit einer 100% reingehen und nochmal rüber gehen mit 100% weil dann kriegst du diesen Übergang von 100 auf 50 bekommst du den schön soft hin machst du es andersrum machst du erst diese 100% hier bis hier dann hast du hier nachher irgendwo eine harte Kante drin und wenn du dann versuchst mit 50 weiter zu gehen bekommst du diese Kante hier nicht weg und dann wird das so fleckig wie das hier so ja also schattieren und füllen ein bisschen mehr Zeit lassen und das ein bisschen genauer machen und wenn ihr sowas seht hier ja diesen Bereich hier wenn ihr das seht nicht weiter gehen nicht das nächste machen erst das machen erst das hier 100% vernünftig machen und dann kann man weitermachen wenn ihr dann aber merkt boah wenn ich das hier mache sieht zwar gut aus aber das dauert ja Ewigkeiten das nervt mich dann schaut ihr euch das Motiv an und seht oh Gott das muss bis darüber so viel dann komme zu dem Punkt was ich immer zu euch sage wählt die Motive am Anfang nicht so groß aus so noch Fragen dazu wahrscheinlich nicht eine Mischung so jetzt haben wir hier noch mal was kleines feines und was schickes am Ende so wir haben hier wieder eine Kunsthaut es wurde genommen das letzte haben wir noch mal ein tätowiertes ding ja es wurde genommen eine dragonhawk x8 ich hoffe du hast meinen code genutzt mein 15 prozent ja die hat 4 millimeter hub bei 5500 umdrehungen pro minute das bedeutet ne hab ich hier nicht auf dem desktop wem das interessiert wie viel volt das sind oder wie viel herz unter dem x8 video ist eine liste die könnt ihr euch runterladen dort seht ihr wie viel volt oder hub das ist ach wie viel volt oder wie viel herz das ist so und für die schattierung runter auf 5100 umdrehungen farbe wurde genommen viking ink dynamic black nadeln stigma von amazon eine siebener round liner in 030 und eine siebener round magnum für den rest kunsthaut sieht auch aus als wenn das eine super günstige ist ja hier im grunde genommen passt das gleiche ich finde die linie hier schön die ist sehr gut die hier ist auch gut das hier auch eine sehr gute linie hier ist eine kleine eierei drin aber das ist überhaupt gar nicht schlimm das ist völlig in Ordnung diese Linie ist auch eine sehr schöne Linie ja hier haben wir so ein paar kleine Ausbrüche auch ja das ist nicht so schön aber auch nicht so schlimm ja das sieht schon ganz gut aus aber hier ist das Füllen genau das gleiche Problem wenn ich solche Augen mache ich mache diese Augen ich zeichne mir das nicht so rein ich mache mir keine liner also ich gehe hier nicht mit einer liner rein und mache mir erst diesen weißen lichtreflex und den rest und dann hier nochmal eine linie und hier drinnen auch eine linie das mache ich nicht ich mache das immer direkt gleich mit der magnum und zwar ist das ganz schwer zu erklären wenn ihr mit einer magnum nadel die beim schattieren dreht dann bekommt ihr am ende ein rundes loch was frei bleibt so wie das hier ich nutze das zum beispiel wenn ich ketten mache da will irgendjemand so eine perlenkette oder an so einem kreuz so ein kram dieses zeugs haben dann mache ich das ich ziehe mir mit einer kleinen linernadel ziehe ich mir den außenkreis einfach hier so ganz ganz grob bloß ziehe ich mir einmal ganz schnell rum denn ich kann das ja steuern wenn ich nur ganz dünne outlines haben will weil mir das stencil weghaut oder abhaut oder was auch immer wenn ich die haben will dann nehme ich mir die linernadel die ich gerade auf dem tisch habe ich hole mir dann keine 3 around liner raus aus dem schrank sondern wenn ich gerade auf dem tisch habe eine 9 wenn ich eine 11 habe oder wenn ich eine 18 habe dann ist mir das egal dann nutze ich diese ich wasche mir diese nadel aus und regeln das über die geschwindigkeit wie ich arbeite wie ich das vorhin erklärt habe mit dem sack und zwar ziehe ich dann halt einfach ich will hier diese linie ziehen hier oben diese nochmal so dann gehe ich in dieser geschwindigkeit dort lang so so wie der strich war genau in diese geschwindigkeit gehe ich lang könnt ihr könnt ihr das sehen habe ich schon wieder zurückschalten ja in dieser geschwindigkeit und dann werdet ihr sehen ihr bekommt eine super dünne linie weil es wirklich nur angekratzt ist weil die die Nadel hat gar nicht die Chance die Farbe in diese Haut rein zu bringen könnt ihr einfach mal ausprobieren genau das ist mal eine gute Übung probiert das einfach mal aus nehmt euch eine Siemer Liner ich glaube viele Leute müssen einfach mal bewusst an diese Sache rangehen so richtig bewusst drüber nachdenken was tue ich da überhaupt und dann sich hinsetzen und ihr macht einfach so eine Linie mit einer Siemer Liner so und jetzt denkt ihr euch du machst das du ziehst sie einfach mal ganz langsam und guckst dir das Ergebnis an du ziehst ein bisschen schneller guckst dir das Ergebnis an oder du ziehst ganz schnell und guckst dir das Ergebnis an auf Kunsthaut jetzt und dann wirst du Unterschiede merken und so kriegst du auch raus was für eine Geschwindigkeit dir am besten liegt und das kannst dann abstimmen mit deiner Volt sodass du die Haut nicht kaputt machst und da würde ich auch wenn ihr eure Geschwindigkeit rausgefunden habt wie ihr mit der Hand euch bewegt dann stellt die Maschine auf ganz langsam auf ich würde anfangen ja was würde ich anfangen bei 6 Volt oder so 6 6,5 Volt da würde ich mit anfangen und dann zieht ihr eure Linie und guckt wenn wenn die Linie richtig sauber drin ist weil ihr super langsam gemacht habt dann könnt ihr ein bisschen schneller gehen geht mit der Hand einfach ein bisschen schneller guckt ist die Linie nicht mehr so gut drin dann geht mit der Volt ein halbes hoch ja dann von 6,5 geht ihr auf 7 Volt macht diese Linie nochmal ein bisschen schneller alles ein bisschen schneller und so tastet ihr euch ran ob das gut funktioniert wenn ich eine nagelneue Maschine habe dann kommt die zu mir ich pack die aus ich pack die ein und gucke ich stelle die einfach ein und horche wie hört sie sich an ist das so eine nervtötige Kreischerei oder klingt sie ganz leise und dann gehe ich in die Haut rein und sobald ich die Haut berührt habe merke ich ob sie mir zu doll ist oder ob sie mir gut liegt oder eben nicht deswegen hatte ich auch dieses Gefühl bei der X8 nach Hause zu kommen weil mir das so gelegen hat die hat sich gut angefühlt und deswegen mochte ich diese Maschine so und das hier mit diesem Schattieren im Auge oder für Ketten mit diesem Licht Reflex das muss ich euch mal im Video zeigen weil ich das überhaupt nicht erklären kann das kann man einfach mit dem Spielen mit dem Drehen einer Magnum bekommt man das wunderbar hin es gibt wirklich viele Möglichkeiten was man mit so einer Magnum machen kann es gibt Leute die ziehen ihre Linien mit einer Magnum alles gar kein Problem so genau das musst du hier noch so ein bisschen üben hier hast du auch wahrscheinlich gefüllt ohne eine Outline zu ziehen ist kann man hier auf jeden Fall machen muss ja nicht immer so 100% korrekt sein da ist ja doch hier das hier ist hier ja auf jeden Fall funktioniert das schon ganz gut das Schattieren ja ich denke du bist noch ein Ticken zu schnell beim Rausschattieren das hier in der Mitte das sieht gut aus da hast du aber auch nicht so das Problem gehabt weil die Magnum wahrscheinlich schon fast so breit war dass du hier bloß zwei oder dreimal hoch ziehen musstest hier in dem Bereich ist es natürlich schon wieder ein bisschen breiter deswegen wird das hier hier hast so ein kleines Loch drin und hier im unteren Bereich natürlich auch das ist hier wenn das abgeheilt ist hast du hier so einen hellen Fleck den willst du aber nicht da auch nochmal genau dasselbe schön drauf achten dass du aus dieser Kante raus schattierst und nicht zu tief geht und so weiter und das was ich eben gemacht habe dass ich im schwarzen Bereich ist einfach nur eine Übungssache da nehmt ihr eure Hand als Stopp ja weil sie geht ja nur bis zu einem gewissen Punkt zurück dann ist ja dann fühlt sich das unangenehm an oder es stoppt ja ich guck mal ob ich da mal irgendwie ich hab ja noch so viele Videoideen das Problem ist einfach ich weiß nicht wie ich das erklären soll ja letzte Bild das eine Linien hättest ja doch jetzt auch noch geben können hier gibt es ja so viel gibt es ja hier nicht zu sagen sieht ja ganz gut aus hier haben wir übrigens Perlen ja das ist ein Kreuz das wurde schon oft gemacht ja mein Beileid auf jeden Fall dafür ist Don Philipp es kommt darauf an wenn du wenn du jetzt Text machst oder so das mit einer Magnum machen ist keine gute Idee aber wenn du wenn du wenn du eine harte Kante haben willst dann kannst du das mit einer Magnum machen das ist überhaupt gar kein Problem das Problem was du bei einer Magnum hast ist wenn du eine Linie ziehen willst dann schiebst du deine Magnum hier hoch worum geht das nicht dann schiebst du deine Magnum hier hoch dann ist das aber keine satte Linie weil wenn du sie direkt hochkant hältst dann hast du halt diese zwei Nadelreihen die du hast und die hinterlassen zwei Linien ja das haut nicht so gut hin und wenn du sagst du willst zwar hier diese harte Kante haben aber du machst das nur mit der Magnum indem du ich nehme mal eine andere Farbe indem du mit deiner Magnum hier reingehst und dann hier raus schattierst dann gehst du in das nächste rein und schattierst hier raus das kannst du machen das Problem ist aber dass die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist dass du einmal so kommst weißt du dann ist das nicht mehr so hundertprozentig gerade und das musst du dann wieder ausbügeln was du aber machen kannst du kannst diese Technik hier machen das ist kein Problem dann kannst du aber zum Schluss nochmal mit einer liner nachgehen und kannst diese ungeraden Sachen ausbessern das kannst du auch machen aber wenn du jetzt noch Probleme hast mit einer liner das kommt das ist wirklich alles eine Übungssache du musst dranbleiben und dann funktioniert das und dann kommt irgendwann kommt so dieser alles klar so geht das der kommt ist versprochen so Perlenkette ja genau dasselbe finde ich immer nicht toll wenn so eine Perlenkette Outlines hat finde ich überhaupt nicht schick weil man das sieht ich hätte wenn man das jetzt zum Beispiel ich nehme mal schwarz so wir haben jetzt hier diese Perlenkette jetzt haben wir hier diese Outline ja wenn wir jetzt eine Magnum nehmen würden und würden hier reingehen und würden das so ein bisschen rausschattieren in der gleichen Farbe dass das wirklich die gleiche Farbe hat dann sieht das nachher viel viel schöner aus das kann man dann hier auch noch so ein bisschen vielleicht bloß sogar bloß noch so ein bisschen dünner schattieren aber aber auf jeden Fall da wo es auch dunkel ist dass man das dann auch dunkel macht ja dass das wirklich so 100% schwarz ist und nicht eine Outline und dann so ein bisschen reinschattiert das finde ich immer ein bisschen do da könnte man vielleicht drauf achten weil wenn man sich mal solche Perlenkette anschaut dann ist die ja wirklich dieser cool rahm schwarz und hat ja keine Outline drumrum weil dieser das Kreuz hier und so das soll alles das soll so in diese Realistik Schiene gehen aber dann haben die 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 Kette die hat dann wieder hat dann wieder solche ja Outlines so so wollte ich das sagen so dann zum Thema Schatten nochmal wenn ihr zum Beispiel warum haben die Ketten haben Schatten das Kreuz nicht warum nicht ja das zum Beispiel da kann man zum Beispiel auch gucken eigentlich weiß man wo hier die Schatten hingehören da die ja vordefiniert sind von der Kette ja das heißt wir haben Licht kommt von hier weil es wirft Schatten nach da so das heißt wir schattieren den Bereich hier schattieren wir raus wir schattieren das hier raus hier noch runter dann können wir hier die Spitze noch raus schattieren und das könnte man auch ein bisschen raus schattieren dann hätte das Kreuz auch eine Dreidimensionalität ja die Leute sagen immer ich möchte so gerne 3D Tattoos haben was sind denn 3D Tattoos 3D Tattoos sind einfach nur Tattoos die einen Schatten haben und uns das dreidimensional wirken lassen ja mehr ist der ein 3D Tattoo nicht so das würde ich auf jeden Fall machen ich würde hier wenn das Motiv nochmal zu mir kommt dann würde ich auf jeden Fall hier mit 100% Schwarzton hier nochmal richtig reingehen damit diese Linien so ein bisschen weg sind das würde ich auf jeden Fall machen natürlich nervt das irgendwann weil so man denkt sich du siehst so ein Tattoo das geht schnell gar kein Problem aber eigentlich geht das nicht schnell weil das wirklich so Ketten zu machen das ist schon echt eine Menge Arbeit ja so dann hier diesen Bereich das Kreuz das ist ja so abgewinkelt zumindest soll es so wirken das hätte ich dunkler schattiert ja das ist da man muss sich ruhig mal ein bisschen trauen ein bisschen mit Farbe rein zu gehen ich hätte hier auf jeden Fall diese Kante drin gelassen diese Linie auf beiden Seiten das hätte ich drin gelassen weil hier oben ist es und unten nicht so und dann hätte ich hier raus schattiert vielleicht mit 75 Prozent Farbe das hier richtig runter schattiert und das hier mit 100 Prozent Farbe weil da kommt ja noch weniger Licht hin so wenn das frisch ist dann sieht man manchmal keinen Unterschied man sieht nicht dass das hier 75 Prozent Farbe ist und das 100 weil dunkel ist dunkel da ihr aber Profis seid und eure Farbe kennt wisst ihr wie diese Farbe abgeheilt aussieht ja und da sagt ja auch der logische Menschenverstand dass wenn ich eine Farbe habe die ich mit Wasser gestreckt habe dass die nachher nicht so dunkel wird wie eine Farbe die nicht mit Wasser gestreckt wurde ja ich wollte gerade was sagen zum Thema strecken aber ich lasse ja und dann hätte man das nochmal so ein bisschen schöner machen können wenn du das hier einfach so ein bisschen schöner dunkel gemacht hättest so diesen das hier so alles so ein bisschen dunkler man kann ja nach unten hin wieder so ein bisschen heller werden das funktioniert ja gut das hier auch nochmal so das hätte dann schon so einen ganz anderen Touch gegeben dann kriegst du mehr mehr Kontrast rein genauso wie hier dieser Riss hier dieser Riss der kann ja nicht da drinnen genauso dunkel sein wie hier oben diese helle Kante den hätte ich hier richtig dunkel gemacht und dem Bereich hier das hätte ich hell gelassen weil da kommt doch wieder Licht hin das ist bei vielen so ein wirklich so ein Problem dass sie sie sehen irgendein Motiv und dann ist es zum Beispiel hier dieser Bereich hier das hier oben so kurz vor knapp dass das Bild raus fliegt weil das hier geht gar nicht so ihr braucht mir nicht solche Bilder schicken dann geht mit eurer Kamera mit eurer Handy Kamera aus dem Portrait Modus raus dann habt ihr auch keine Tiefen Unschärfe und dann funktioniert das auch ganz gut so oder ja ja so dieser Bereich hier hättet ihr das ist immer die Sorge von vielen deswegen machen sie mal zu viel zu wenig so jetzt habt ihr diesen Bereich hier ihr habt das draußen alles schattiert diesen Bereich schattiert und jetzt ist der Innenbereich ist noch so hell das stört euch ja weil es so unfertig aussieht ihr habt immer irgendeinen Bereich im Tattoo wo nichts passiert ist und dann sieht das nicht fertig aus aber hey wenn das eine helle Stelle ist dann ist ihr da eben nichts ne dann kann man hier ja so ein Riss mit rein basteln wenn man das nur noch unbedingt braucht und dann kann man vielleicht hier noch so ein bisschen ran schattieren aber aber wenn der Bereich hier oben hell ist dann lasst ihn hell dann macht da einfach nichts wenn das abgeheilt ist dann hat auch dann haben zum Beispiel diese Stellen hier die keine Farbe abbekommen haben aber rot geworden sind weil ihr da einmal mit der magnum rüber gerutscht seid wenn die abgeheilt sind sehen die natürlich nachher auch wieder aus wie das hier und dann habt ihr das überall und da der jenige der das gemacht hat aber das Gefühl hat da fehlt was deswegen ist natürlich überall hier was drin und dann ist auch überall irgendeine Technik drin hier ist irgendwie Pepper Shades Dotwork oder so keine Ahnung irgendwie sowas ist hier mit drin ja weiß nicht hier fand ich den Ansatz fand ich hier ganz cool und zwar das hier und das hier das hätte ich noch ein bisschen ausgeprägter gemacht dann sieht das nämlich aus wie solche Lichtreflexe ja ich hätte das auch hier so rüber gezogen hier auch nochmal und dann hier so ein Lichtreflex das sieht gut aus kann man hier oben auch nochmal machen zieht man einfach so rüber in dem Bereich wo man gar nichts macht oder nur sehr wenig zum Beispiel wenn man so ein Lichtreflex haben will dann mache ich das auch ganz gerne mal eigentlich ist dieser Bereich hier komplett gleich schattiert das hier ne dieser Bereich wäre komplett schattiert also hier so ein bisschen dunkler in der Mitte ein bisschen heller und hier wieder dunkler ich hoffe man sieht überhaupt durch was ich mache so jetzt habt ihr so einen Bereich das ist zum Beispiel auch wenn ihr ein Tattoo habt wo so eine Nebelschwan durch das Tattoo durchzieht ihr wisst bestimmt was ich meine das ist für viele Leute ultra schwierig weil bei dem Koi war das auch so ihr habt so als wenn er so eine Rauchwolke durchzieht jetzt kommt der Anfänger und nimmt eine Leinernadel und zieht sich erstmal die Rauchwolke einmal von vorne bis hinten durch weil ihr wisst ja nachher gar nicht wo ihr das machen soll deswegen zieht ihr euch eine Linie da lang das bedeutet diese Rauch Schwaden Wolke die ist schon mal für einen Eimer wird nie wieder funktionieren weil ihr da eine Linie habt und eine Wolke hat keine Linie so wie kann man das dann machen so ich habe jetzt hier ich nehme mal noch ich nehme das mal raus ich mache das mal neu so wir nehmen grün so ich möchte jetzt hier so einen Lichtschweif haben wir haben jetzt Farbton in diesem oberen Bereich hier haben wir einen Farbton ich sage jetzt mal so 75% ich zähle das jetzt nicht so auf Tropfen einfach 75% so dann haben wir hier drin ich sage mal na doch drei Tropfen und wir haben so zwölf Tropfen ja das ist ja dann schon ein Unterschied diese 75% die habe ich hier so in diesem Bereich wo es dunkel ist ja hier da sind die 75% drin jetzt komme ich mit den zwölf Tropfen und schattiere das hier normalerweise würde ich diese zwölf Tropfen komplett einmal rüber schattieren ja weil wir das da so schattieren das tue ich aber nicht ich schattiere das bis hier ran oder ich gehe von der Seite und schattiere das hier so raus diese dass das wirklich eine relativ harte Kante wird schattiere das hier so lang ihr könnt auch mit der Magnum die so richtig schräg halten und einmal hier so hoch gehen aber dafür müsst ihr sie richtig schräg halten damit wirklich zu der Seite nun wirklich sehr sehr wenig Nadeln in der Haut sind so schwer zu erklären so und den Bereich den schattiere ich mit drei Tropfen da könnt ihr auch ruhig komplett einmal rüber gehen das kein Problem weil diese zwölf Tropfen die dunkelt ihr nicht weiter ab mit diesen drei Tropfen ja also nochmal diese zwölf Tropfen hier rausschattieren mit einer relativ harten Kante hier auch rausschattieren mit einer relativ harten Kante und die drei Tropfen könnt ihr nochmal einmal komplett rüber gehen wenn das abgeheilt ist dann habt ihr dort genau eine Kante wo eine Rauchschwade rumläuft das funktioniert natürlich auch bei 100% schwarz wenn ihr einen Bereich habt der 100% schwarz ist so schattiert ihr hier diese 100% schwarz hier gehen die 100% schwarz weiter dann nehmt ihr euch 50% je nachdem wie hell eure Schwadenwolke ist und schattiert hier einfach rüber fertig so einfach ist das ihr könnt mit dem helleren Farbton immer übers dunkle rüber gehen da passiert nicht viel geht ihr aber mit dem dunklen übers helle wird es dunkel ist ja ziemlich einleuchtend denke ich für die Leute die nicht drin sind die die Bilder nicht drin sind da schreibe ich eine E-Mail ich erkläre das einfach mal so aber dann ja dann ist es gut so wir